Was? Warte doch mal! Schimm mal ganz kurz! Du willst doch mal das scheiß Ding holen, Alter! Ich steh gleich so mit dem Rucksack und du stehst so nackt an! Serviert! Drin ist der Mitarbeiter! Der ist der Boss! Das sieht man gleich am lilanenemt! Du hast nicht alle Tafeln als gelesen markiert! Ach die Scheiße! Okay! Ich kann es nicht lesen! Okay! Erschießen von Spielern ohne Rollenspiele Beleidigen von Spielern Du musst Ding ins Mausrad drücken und dann als gelesen markieren Du kannst mit den Features Aber bist du schon weiter? Holy cow! Zur nächsten Station Ich bin hochbegabt Super! Ich bring dich zur nächsten Station Ich müsste weiter Schilder lesen, oder was? Und der andere hat es nicht geschafft aus dem Gebiet raus! Wir bieten eine Fülle an ausgeglichenes Gottes Balance Welche Seite wirst du dich entscheiden? Über rechts, oder? Hast du dich angetascht, oder was? Und dann gehe ich links! Ja, aber was? Kann ich damit auswählen! Wie hast du gedacht? Okay, was ist passiert? Jetzt über links oder rechts rein? Was machen wir? Warte mal! Uhr Z Oh, ich habe 250.000 Deswegen hatte ich auch schon Ausrüstung Ich habe auch schon Einbürgerungs-HK-Mitgliedschaft Was? Waffenschein, Führerschein, Kupferverarbeitung Meine Gang Ah, okay, da hast du das alles schon Kostet 100.000 Die Waschlappen Erstellen Ab Level 4, Alter! Ab Level 4, Alter! Ab Level 4, Alter! Alle die Nachhutbliert, Alter! Ach, da hast du kein Ding! Was? Geht als Gang! Toll, Alter! Rattenmuff, Alter! Jetzt müssen wir irgendwas machen, bis wir Level 4 sind Und so lange sind wir einfach zu behindert und sehen uns nicht Ja Okay, komm mal zum harschen Rucksack Ich bin gerade am Einkaufen Ja, dann kauf mal einen Ich geh mal zum Garage runter und guck erstmal, ob wir ein Auto haben oder ob wir eins brauchen Ja Dann müssen wir uns ein Was guckt der, Lutz? Verpiss dich, Mann! Soll ich da mal noch ein Ding ins mitnehmen, oder? Garage Kein Fahrzeug gefunden Na, toll Ja Okay, wo ist ein Fahrzeugshop? Da, Pyogos Na ja Wenn ich durchlaufe Ach, du gehst zur Garage jetzt, oder was? Nee, ich bin jetzt beim Autoladen Autohändler Okay, was kaufen uns? Du musst schon einen Autohändler Ah, Fahrzeugshop, viel Goss Mietpreis, Kaufpreis Sollen wir uns gleich so einen Truck rauslassen, oder? Ja Wie viel Geld hast du? Ich hab auch noch 60.000, oder so Kaufpreis Bargeld Null Ja, toll, muss ich jetzt zum Scheiß Ah, hier ist ein Bankautomat Okay, nevermind Ich hab mich auch schon aufgeregt Ich hab mich auch schon aufgeregt, aber die wahnsinnigen Sie gerne das Technik reinzustellen Ah, ist das unser Truck hier? Ja Egal, nehm ich die zweite Halbfurt mit Ja, als ob das nicht geht Gib ich meinen Betrag ein und gehst auf Einzahlen Ich muss schon die Geschwindigkeiten halten Ich glaube wir müssen aber rechts Du darfst schon mal navigieren Ich bin einfach einmal geradeaus ab jetzt Was guckst du so komisch hier rüber? Tja, okay, da guck ich mal anders hin Ja, jetzt hast du dein Gedicht gebrochen Hallo, David Rodriguez Hallo, Igor Ich komme aus Kasostan, du? Kasostan, ja Aus Russland Ich bin gerade angekommen Hallo Hallo Wie lange hast du das aufgesellen? Hier, gerade, angekommen Gerade angekommen, na? Na, da Ok Was hast du jetzt? Du musst jetzt hier noch Lizenzen kaufen Also du stehst da wie wenn du gleich pissen musst Handelskammer Mutschel ist da ein bisschen Mutschel im Kopf, glaube ich Hast du mich gerade beleidigt? Okay, lass uns einfach gehen Wäsche am Behinderten spielt Der sagt hallo, ich sag hallo, einfach umgedritten, ist gegangen Einfach umgedritten, ist gegangen Aber der LKW ist voll strong Ja, das ist die richtige Bergziege Ich hoffe da kommt jetzt kein Stein Oh, kein was! Geil Warte, alles gut Tread yourself Isst du gerade was? Hast du gerade so Chips gegessen? A few moments later Ja, 241 Meter Wie viel Tilt gibt's haben wir noch? Zwei Schaffen wir das noch? Das war gerade mies, weil ich innen gefahren bin und da habe ich nicht gesehen, was in den Berg gekommen ist Und dann kam das auf einmal, ich konnte nicht mehr bremsen, da habe ich den Stein gekommen sehen Ah nein Das war das RIP, Alter Ist so ein bisschen schlammig der Boden Ja Bist du jetzt woanders hingegangen, würde ich dein Holz nicht wegnehmen oder was? Ja, Mann Hä? Ich sehe, siehst du wie viel Holz man hat? Das kommt immer Fortschritt, 12 von 135 Wahrscheinlich weil du schon zerniedert bist Oh, da kommt ein Auto Alter Das gleiche Truck, ne der ist cooler der Truck wie wir haben Alter Schnell weiter sammeln Schnell weiter sammeln Ich bin immer so, bei dem Game immer so nervös, wenn irgendjemand kommt Ich glaube jeder trägt so eine Knarre am Nacken, Alter Ich glaube der hat keine Chance fast wie wir Du wirst den Tentspreis haben Alter Was? Ja moin Hat er gesagt? Hallo Moin Alter bricht Ja Richtig Holz ist sehr guter Rohstoff in meinem Land wo ich herkomme Ich exportiere alles nach Kasachstan Also Waffen scheinen kann 50.000 Ok Ja warum sammeln? Aber ich bin nicht voll Vielen Dank Wie dein Name ist? Drück einfach am Baum Shift plus Numpad 1 und dann pumpst du automatisch Ok Vielen Dank Was hat er gesagt? Er hat mir gesagt, dass ich mit Shift 1 drücken kann und dann farm ich automatisch Und dann habe ich ihn gefragt wie er heißt, da hat er mir gesagt, dass ich Shift nur am Pad 1 drücken kann und mich automatisch bauen kann Hahahaha Ach die Scheiße, wo kommt der Stein her, Alter? Nein Egal, einfach weiterfahren Wir brauchen das Rad nicht Ich glaube wir brauchen das Rad Nein, wir brauchen beide Räder vorne nicht Wie ging das nochmal? Ah Windows-Taste Repervieren, ok Ok, das zweite Kit weg Das Ding ist bestimmt 9.000 Euro für Kids ausgegeben Letztendlich für uns hause zählen und kriegen dafür 8.000 so Stingesholze Wahrscheinlich ist es wirklich so Was kostet so ein Repair Kit? Ok, RIP, Alter Ist tot Das Ding ist hochgehoppt auf mich drauf gelandet Hahahaha Ich habe es gerade gesehen Hahahaha Holi Und jetzt? Igor, Wajenzen hat den Löffel abgegeben Ja Arrar anfordern Es wurde kein Arrar angefordert Ok, ich fordere ihn an Ok, RIP, Alter Gesoffen Ich glaube ich habe eine Wegfahrsperre reingemacht Bist jetzt nochmal auf mich drauf gesprungen Hahahaha Neues Leben Neues Leben Nicht wirklich Wenn ich das neues Leben mache Sind auch meine ganzen Lizenzen und alles weg Holy cow, Alter Alter, räumst du mich jetzt aus, oder? Hahahaha 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 Hahahaha